Willkommen zu Battlefield 4, die Kampagne. Wir spielen auf Ultra, wir spielen auf Normal und wir sehen uns im Spiel. Oh Mann, ich will dich zu diesem Song stellen. Hey Irish, weißt du was für Fische, die einen Barco haben? Negativ, Staff Sergeant. Hey Wrecker, Wrecker, bist du wach? Komm wieder zu dir, Mann. Bleib bei mir. Respekt, Wrecker. Ja, das war gerade echt ne klasse Fahrleistung. Bis auf das Ende. Mach das Licht an, Pack. Shit, der Sitz rührt sich nicht. Du sitzt fest, Sergeant. I wish. Das letzte, was wir jetzt brauchen, ist Panik. Red mich schon an, du jagst mir ne scheiß Angst ein. Pack, hilf mir den Sitz zu bewegen. Wir sinken weiter. Scheiße. Wir holen dich da raus, dann. Hörst du? Wie, Mann? Die Türen klemmen fest. Scheiße. Das ist nicht alles anders als geplant, Irish. Wrecker, nimm meine Waffe. Was soll das heißen dann? Sie gehört jetzt dir. Was zum Heckler soll das? Damit der Wolf überleben kann, muss er sich das eigene Bein abbeißen. Schieß. Nein, tu's nicht. Los, Wrecker. Zerschieß das Fenster. Das ist ein Befehl. Lass die Scheiße sein, Wrecker. Rettet euch. Raus hier. Raus hier. Das ist doch Bullshit, Mann. Hörst du mich? Schieß auf das Fenster, sonst geht ihr alle drauf. Wenn du der Mann bist, für den ich dich halte, dann weißt du, was zu tun ist. Und da wären wir 13 Minuten zuvor in irgendeinem Schulgebäude. Und wir selber sind Wrecker. Die Grafik sieht mal wieder super aus. Also viele sagen ja, Battlefield 4 sieht nicht wirklich besser aus als Battlefield 3. Sehe ich anders. Also ich finde, hier wurde nochmal eine ganze Schippe obendrauf gelegt. Ich habe keine Munition. Ich habe keine Klinge. Und ich kann den Laser an- und ausschalten. Die Lage sieht super aus. Aber es scheint niemand hier zu sein. Wow, shit. Da unten rennen sie rum. Keine Panik. Nur Tauben. Wo sind die anderen? Entspann dich, Pack. Wo zum Henker warst du? Als die Übergabe schief ging, kam ich direkt hierher. Es waren Russen, oder? Spec Ops, eine Sekunde sind sie da, und der nächste wieder weg. Rief durchatmen, Mann. Hast du die Intel? Ja, ja, habe ich. Sehr gut. Scheiße. Es ist schon hell draußen. Wir müssen zum Abholpunkt. Weiß einer, wo Irish ist? Ich dachte, er wäre bei dir. Ich brech die Funkstelle. Tombstone 3. Hier, Tombstone Actual. Wo bist du? Tombstone Actual. Komm aus Richtung Norden. Hier wird's brenzlig. Ich benötige Feuerschutz. Für meinen Rüstung. Erstatten, Irish. Wir sind da. Rekord, los jetzt. Mach die Fahrt. Nein. Gebt ihr mir Deckung? Wir haben Kenzeinstellung. Wir geben Irish Deckung. In der Kiste ist Munition. Munition. Sehr gut. Okay, wir haben jede Menge Waffen, wie man sieht. Und wir nehmen jetzt hier mal die Scar. Alles klar, wir können Deckung geben. Feuer einstellen. Alles klar, wir übernehmen. Hunde. Ich finde, Hunde sind immer so fies. Besonders in Shootern. Alles klar, die Nächsten haben wir. Scheiße, Mann. Irish, komm hier rauf. Bewegt sich noch was? Geh sicher. Hilf mir mal. Alles okay, Irish? Scheiße, Mann. Du bist wohl doch nicht so sicher. Ach komm, noch mal ne Ladung Munition. Tombstone, Bewegung. Fortress, hier ist Tombstone Actual. Haben das Paket geholt und in ein Wespendesk gestochen. Wir geben uns zur Abholung. Verstanden, Tombstone. Der Heli kommt. Bringt der Squad in Position. Over. Da unten. Im Atrium. Sie haben uns nicht bemerkt. Schalten Sie zusammen aus. Markiere Sie und gib das Zeichen. Okay, wir können Gegner markieren und zwar mit Q. Wow, und direkt gehen sie los. Mann, die ballern ja wie wild rum. Jungs, Jungs, er ist tot. Ich bin ein Tombstone. Aber ne coole Idee. Man kann hier seine KI-Kollegen lenken. Finde ich richtig gut. Was haben wir hier? Ne AK-12. Die nehmen wir mal mit. Die sollte ein bisschen besser sein als meine. Und wir markieren wieder. Okay, zielen ist nicht ihr Ding. Wie man sieht, wir bekommen sogar Punkte. Erinnert so ein bisschen an Medal of Honor. Okay, preschen wir vor. Schnell hier rüber. Oh shit, da kommt noch ne Welle. Wow, fuck. Direkt vor mir. Erstmal hier die ganze Munition mitnehmen. So, was haben wir hier? Gadgets nehmen wir mit. Und hier drüben. Na komm, nehmen wir auch mit. Alles klar, beides dabei. Mach mal Krach. Und. Also kommt, Leute. Die Grafik ist doch wirklich der Wahnsinn. Allein hier die ganzen Möwen. Schick deine Leute aufs Dach. Lass mich nicht warten. Hast du dich umgesehen, Brack? Das Gebäude. Ist hier eine Gebäudehälfte. Ja, die beiden Schornsteine. Direkt voraus. Genau. Das ist der Abholpunkt. Okay. Orkens sagte was von Feindbewegung. Ist da was? Da stehen uns ein paar Arschlöcher im Weg, was? Da unten ist ne ganze Menge. Mit dem Sichtgerät findest du auch Vorräte und Waffe. Okay, hier drüben. Nehmen wir mal die hier mit. Munition wäre super. Alles klar, wir haben Munition. Na gut, dann legen wir los. Ich werde versuchen, immer wieder mal so eine andere Waffe vorzustellen. Okay, mal sehen. Wir könnten hier leise vorgehen. So schlitzen wir die Gegner. Kann der mich sehen? Ne. Alles klar, ganz ruhig. Oder wir machen es richtig laut. Das wäre die andere Idee. Ach komm. Explosionen sind super. Man sollte es immer nutzen, wenn man kann. Oberste Regel. Boah, wir holzen hier die Deckung weg. Aber ich muss ein bisschen näher rangehen. Also die ganze Umgebung hier ist zerstörbar, wie man sieht. Oh shit, der flieht. So. Keine Gefangenen. Deckung, Deckung, Deckung. Okay, mit Q können wir angreifen, wieder hier wählen. Schön, hier werden alle weggeholzt. Genauso muss das laufen. Also die Punkte hier sind so ähnlich wie Multiplayer. Eben gerade haben wir es gesehen. Squad Kill. Alles klar, hier hin. Okay, wir suchen wieder. Okay, hier drüben kommen noch mehr. Wir können nicht markieren. Wir können nicht markieren. Jetzt können wir markieren. Dann machen wir die Seite hier sauber. Und rücken weiter nach vorne. Na komm schon, zeig dich. Wow. Moment. Muss nachladen. Okay, keiner mehr in der Nähe Jungs, weiter nach vorne rücken Hier drüben kommen wir durch Ach, die holen wir mal selber weg Okay, die hier oben nicht Die hier oben nicht Dankeschön Ach ja, genau so muss das sein Einmal hier den Heli rufen, alles weg Yes, hier drüben Munition Ich sehe niemanden Okay, jetzt sehe ich wirklich niemanden mehr Alles klar, den sind wir los Hier drüben ist noch einer Übernehmen wir selber Wo zur Hölle will der hin Okay, wir markieren Granate raus Wow, 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 wow Komm schon, zeig dich Mir geht's super Mir geht's richtig gut Alles klar, weiter nach vorne rücken, Jungs Na, verflucht Wow, shit, die kommen auf einmal noch hinter mir runter Wo ist mein Team? Okay, wie viele Ränder hinten rum? Zwei Mann noch What? Wie kann der immer noch leben? Alles klar, es kann alles gehen Okay, kommen wir hier durch? Ah, wir können hier hin Vergiss es Wir sind alle am Leben Das allein zählt Versichert Die Ecken, Jungs Das ist der beste Weg nach oben Es ist der schnellste Keine Zeit für Erkundungstouren Warte, bis du die Aussicht gesehen hast Jetzt will ich aber auch was sehen Klappe zu Augen auf Wow, shit, noch alle am Leben Renn, 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 renn Wow Ich hab keine Ahnung, wo wir hin sollen Alles klar, sieht gut aus Kommt schon, Jungs, wir sind so gut wie raus No, 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 no Holy shit Wow, fuck Ach du Scheiße Geht's dir gut, Mann? Heck, was ist mit Hawkins und dem Rest der Crew? Das hat keiner überlebt Hol dann von dem Wrack weg Geht nicht Er steckt fest Versuch's Ich hol zu lang Rack heraus Ah, mein Bein Oh Mann, oh Mann Scheiße, das ist ein Bein, sieht aus wie mir gepasst, Herr Wurz Das willst du wieder dann? Du schaffst das, Mann, wir holen dich hier raus Beck, der treibt es noch 1, 2, ich weiß Anhalten Rack ist die Weweckung Raus da, sofort raus da Wirtsball Hilfe, bitte, bitte, ich helfe Ihnen Oh shit, das kann ich nicht Ich bin sensibel Oh fuck Da kann man ja gar nicht hinsehen Wir müssen los Ist der Tod? Bleib mal nur ohnmächtig Du bist doch Sally Gerade du wirst es, das doch ist Das war nur ein 3 Stundenkurs Entdeckung Runter, runter Schauen wir ab Der Heli kommt nochmal zurück Weg hier Hey, diese Aserbaidjournal sind okay, oder? Los, rein Das wird schon wieder dann Alles wird wieder gut Wir holen dich hier raus Und ich wette, wir müssen fahren Wir müssen hier anders raus Hört ihr mich? Tombstone, Fortress hat euch auf dem Schirm Sekundärabholung unterwegs Falt der Straße, 3 Kilometer am Westen Verstanden, Fortress Sind unterwegs Wo ist der Heli? Ich sehe ihn nicht Scheiße Mein Wein Meine Frau bringt mich um Dann Atme langsam Du schaffst das Wir bringen dich nach Hause Du packst das Wenn unsere Intel über Admiral Cheng und die Russen korrekt ist Wird keiner von uns nach Hause Hört hier noch jemand die ersten Töne der Hymne? Halt durch Komm schnell, Orek Dann macht es nicht mehr lange Park, was ist los? Da ist der! Er ist nicht die Blutwollung Weg, können wir ihn abschütteln? Ziemlich unwahrscheinlich Okay, der Heli ist wieder hier Wie werden wir den los? Also gegen den haben wir keine Chance Wow, verflucht Einfach durch die Mitte gehen Einfach durch die Mitte gehen Oh, shit Yes, baby No Ja Tombstone hat die Intel geborgen Und? Im Falle eines chinesischen Militärputsches würden die Russen Admiral Cheng unterstützen Bestätigt den Bericht unseres Informanten aus China Dann wurde Staff Sergeant Danze etwas getötet, das wir bereits wissen Es gibt Aufstände auf den Straßen von Shanghai Captain Und die Russen mischen sich ein Wir mussten es mit Sicherheit wissen Schlimm genug, dass wir Suez abriegeln mussten Eine falsche Bewegung Es gibt Kriegen Sie haben ihre Befehle getötet Aye, aye, Sir Wir fahren zur chinesischen Ostküste